Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Und dieses Projekt heißt Minecraft Minewar. Und wie ihr seht, bin ich hier nicht alleine, denn ich hab mir hier ein paar Freunde besucht, mit denen ich hier kämpfe und spiele. Und ja, ich würde mal sagen, es geht mal los. Los, würde ich sagen. Und ja, auf der Fahrt... Das stört mich hier gerade kurz. So, auf der Fahrt dahin zu unserer Base, welche sich hier oben befindet, hier bei Rot, erzähle ich euch mal gerade kurz so ein bisschen was von diesem Projekt. Ah, View muss ich noch einfüllen. Das ist natürlich alles sehr, ja, sehr anspruchsvoll und sehr durchdacht bei diesem Modpack. So, und ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier durchkomme. Hallo? Nein, das habe ich schon festgefahren. Das ist aber scheiße gerade eben in First Person. Hallo? Hallo? Komme ich hier durch? Alter! Alter, nein! Nicht so schnell! Wie ist denn hier an hier los? Ich kann hier... Nein, was ist das denn? Ich backe hier fest! Hallo? Gut, im Zweifelsfall baue ich halt einfach den Baum hier ab. Das ist ja schon mal ein schöner Anfang von der ganzen Scheiße. Auf jeden Fall, dieses Modpack ist sehr... Ist vielleicht auch nicht gerade das Beste hier durch die Bäume zu fahren, oder? Alter! Das Modpack ist auf jeden Fall sehr anspruchsvoll. Wer es nicht kennt, das ist das Minecraft Treadent Modpack. Und hier gibt es Hubschrauber, hier gibt es Waffen, hier gibt es, ja, Helikopter. Ja, das ist ja eigentlich das Gleiche. Hier gibt es ganz, ganz viel. Ich kann mich rückwärts fahren bei diesem blöden Teil. Ich kann mich nur vorwärts fahren, oder hier? Alter, super Anfang hier. Komme ich hier weg irgendwie? Hallo? Manches ist halt nicht ganz so gut hier bei dem Modpack. Sieht man vielleicht auch jetzt gerade. Ey, also ob ich jetzt hier die ganze Folge in dem Scheißbaum drin hänge? Ich möchte nur hier raus. Hallo? Äh. Joa. Ich würde sagen, dann laufe ich eben, wenn die ganze Scheiße nicht funktioniert. Ähm, ja. Haben wir auf jeden Fall mal ein bisschen Sport gemacht. Ich hoffe, die Äpfel reichen. Sind auch nur, sind ja auch nur 600 Meter, ne? Gut. Ähm, habe ich mir jetzt so ein bisschen anders gedacht. Die anderen sind jetzt wahrscheinlich alle schon in ihrer Base. Das würde mit dem Auto natürlich schneller gehen. Und ich kann es jetzt nochmal versuchen. Aber wahrscheinlich fehlt mir jetzt das Benzin. Ah, nein! Ja, nice. Okay. Gut. Dann funktioniert es jetzt eben. Also, auf jeden Fall. Dies ist das Minecraft Trident Modpack. Und hier gibt es allerlei Zeug. Waffen, Autos, Flugzeuge. Und hier umgeben ist, sind wir von dem Wasteland. Oh, die anderen haben schon, die anderen haben schon ihre Crafting Tabling gestellt. Und ich muss hier erstmal gucken, dass ich hier über das Gebirge komme. Joa. Gut. Ähm, auf jeden Fall in diese dunkle Brühe sollte man am besten nicht rein. Denn, ähm, die gibt einem Ah, Übelkeitseffekt. Das ich jetzt auch habe gerade. Gut. Und, ähm, ich sollte mich jetzt beeilen, dass ich hier mal zu meiner Base komme, welche übrigens sehr schön ist und wo viel Zeit rein geflossen ist. Und, ähm, wie ihr seht, in der Nacht sieht man halt einfach nichts. Und, ähm, so. Das ist der Hintereingang. Ich gehe jetzt mal kurz zum Vordereingang, ähm, dass ich euch das Ganze von vorne zeigen kann. Joa. Also, hier haben wir unsere Markierung, hier ist eine kleine Startbahn und hier haben wir auch unsere Base. Joa. In der Base haben wir hier ein ME-System, haben wir hier ein Aufzug, in dem wir jumpen, nach oben, gehen und nach unten und, ja, eine kleine schnuckelige Base. Ich gehe mal kurz nach oben mit euch. Hier haben wir auch ein Hubschrauber-Landeplatz und, joa, alles, was man braucht, würde ich sagen. So, ich frage mal kurz, ob die anderen, äh, schlafen wollen. So. Kann man ja mal fragen. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich höre auch ein paar Spinnen. So, okay. Und dann, noch Sleeping. Sehr schön. Gut. Dann würde ich mal sagen, zeige ich euch einmal schnell, joa, hier, die Basis. So sieht das ganze Beitrag aus, hier mit einem kleinen Hangar und, joa, der Landebahn. Und unser Ziel ist es natürlich, die anderen in ihren Basen so anzugreifen und ein bisschen zu fighten mit denen. und, ähm, ich kann euch mal kurz die Übersicht zeigen. Hier oben sind wir. Da ist Team Grün und hier unten ist Team Rot. Das hier, ähm, da müssen wir noch eine Basin machen, weil noch ein vierter Teilnehmer dazu kommt. Der ist heute leider nicht da. Und, ähm, joa. Gut. Dann würde ich mal sagen, probieren wir mal das ME-System aus und, äh, ja, wir müssen mal ganz, all, ganz, ja, normal anfangen hier mit so einem, so einer Holzspitzhacke. Und, ganz gut, Alter, mein ME-System ist, man kann das einfach alles reinschmeißen. So. Und. Joa. Machen wir mal schnell eine Steinspitzhacke. Ja, genau. Und, wie ihr seht, hier die ganzen Mods natürlich auch mit Too Many Items, damit man das schön finden kann. So. Jetzt aber erstmal schnell runter in die Mine. bisschen farmen. Bin natürlich auch klug gewesen, ein paar Fackeln gleich mitzunehmen aus der Mitte. Merke ich jetzt gerade. Dann nehme ich mal kurz hier. Ah, da haben wir auch Code. Sehr gut. Ah, perfekt. Also, mein Ziel, so für die nächsten Folgen, ist erstmal gut ausrüsten. Und dann am besten vielleicht schon ganz am Anfang mal einen Angriff gegen die anderen Staaten. Das wird für den Upgrade, okay. Die sind auf jeden Fall schon gut dabei. Ich habe natürlich ein paar Start-Schwierigkeiten gehabt. Gut. Gehen wir mal schnell nach oben. so, ein bisschen so, ein bisschen so gut. Dann mal hier ein paar Fackeln. Na, noch ein paar. So. Okay. Sehr gut, sehr gut. Dann, würde ich mal sagen, gehen wir weiter tiefer mal. Vor allem jetzt am Anfang ist es wichtig, schnell gute Sachen zu finden. mal auf jeden Fall noch ein bisschen Kohle. Am besten Eisen. Eisen wäre jetzt für die Anfangszeit erstmal super gut. und so, ich habe mir schon so einen kleinen Plan zurechtgelegt, was man alles so, oder beziehungsweise was am Anfang jetzt am wichtigsten ist. Und ich habe einen Plan, mit dem wahrscheinlich keiner von denen rechnet. Aber das werde ich jetzt noch nicht in der ersten Folge sagen. So, was ist das? Iron, okay. Achso, beziehungsweise, muss man mit Iron abbauen. Ne. Das geht auch jetzt schon. Würde ich mal sagen. Aluminium. Ich glaube, das braucht man für gar nichts, oder? Aluminium. Vor allem, es gibt ja hier, glaube ich, zwei Aluminium. Also, einmal Aluminium, und dann noch alles so ein anderes. Es liegt daran, dass es einmal im amerikanisch-englischen Eisen, sehr gut, damit es einmal im amerikanischen-englischen Aluminium gibt, und einmal im britischen-englischen Aluminium. Und, ähm, ja. Das ist halt ein bisschen anders geschrieben, und deswegen gibt es in diesem Modpack zweimal. So. Auch haben wir ein paar Regeln gemacht, dass man jetzt nicht ununterbrochen hier auf dem Server sein darf, sondern damit man, ähm, ja, die Server ist noch zu einer bestimmten Zeit offen, und auch, ähm, damit man zum Beispiel, ja, mehr oder weniger nicht so allein sein sollte, damit man auch, ähm, nur hier innerhalb diesen Basen fahren kann, oder halt außerhalb der großen Mauer. Und, ja, so ein paar genaue Sachen werden wir vielleicht im Laufe des Projektes noch erfahren. Aber ich glaube, ich werde mal, eigentlich blöd jetzt gewesen, ich nehme mal, oder beziehungsweise, cool braucht man eigentlich auch. Oder später für Fahrzeuge und so. Das ist mal, ich nehme mal alles mit jetzt am Anfang. Ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass irgendeiner auf die Idee kommt, gleich anzugreifen. Und dann werden wir halt tot. Richtig mausetot. Das wäre nicht ganz so prickelnd. Okay. Jetzt ist das auf jeden Fall auch kaputt, unser Werkzeug. Wenn wir mal schnell jetzt zwei Eisenacken machen. Das wäre natürlich eine richtige blöde Aktion. So. Und einmal eine Furniture. Bauen wir das Ganze vielleicht hier so ein bisschen auf. Und ein bisschen Iron mal rein. So. Machen wir das Ganze mal so. Den restlichen Düsseldl können wir mal hier ein bisschen in ihrem E-System zwischenlagern. Das finde ich halt ziemlich nice. Damit es halt einfach hier so gelagert werden kann. Damit man da keine extra Truhen braucht. Rollen wir uns mal ein bisschen Holz. Brauchen tut man das Ganze ja. So. Ob bei uns hier die Bäume instant ab. Das heißt, Äpfel oder so bekommt man vor allem jetzt halt am Anfang ziemlich wichtig. Wegen des Essens. Damit man hier nicht verhungert. So. Aber die heutige Folge werde ich jetzt mal damit verbringen. Eigentlich so. Oder weniger eigentlich fast nur zu farmen. Und bei diesem Projekt werde ich das wahrscheinlich auch so machen. Da werde ich höchstwahrscheinlich keine Folge Ja, nee. Also keine Folge Wie soll ich das formulieren? Beziehungsweise ich werde wahrscheinlich nicht offline spielen. Also ich werde alles wahrscheinlich in einer Folge machen. Damit ihr nichts verpasst. Ähm. So viel mal dazu. Und ich würde mal sagen die Folge die ist auch schon fast wieder vorbei. Beziehungsweise ist eigentlich schon vorbei. Ich mache mir mal heute jetzt eine Eisenspitzhacke. Dann würde ich sagen ist das Ganze auch vorbei. Für heute. Und ähm Ja. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr von diesem Projekt sehen wollt dann Ah, ich mache jetzt erst noch mal die Spitzhacke. Dann verabschiede ich mich. Soll ja auch alles schön werden. Machen wir gleich zwei. So. Und zack. Gut. Also wenn es euch gefallen hat und ähm ihr mehr von diesem Projekt sehen wollt dann würde ich sagen abonniert den Kanal und lasst auch einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns schon wieder morgen zu einer weiteren Folge von Minecraft Minewar. Und ja bis dahin macht's gut euer Paffelmeister und ciao ciao.